so herzlich willkommen hier bei disintegration mit 6 live angezockt ja beta version 31 januar bis 2 februar nur offen die beta steigt das spiel später kostenlos oder hier war kann man jetzt hier am wochenende spielen gab schon mal wochenende noch mal spielen konnte aber eben war gerade hier training aber muss schon zeigen aber wir haben ist langweilig in nur einer farbe deswegen ja erstmal hier so gucken wie er machen kann erstmal leiser hier der kram erst mal leiser hier steht so natürlich heller weil ich bin nicht gerne dunkel so alles klar konnte also hier controls als klassisches da es war training center hat schon eben extra ist ja lizenz gucken und da muss man lizenz drücken eben auch so multiplayer geht ja sonst nichts so auf jeden fall zehn spieler können maximal glaube ich mitspielen davon schon wieder gesehen ist so etwas wie ein egoshooter man ist in so einem schiff drin man kann so hoch und runter fliegen hin und her fliegen und da rum schießen also ein flugzeug ist man drinnen da kann man auch unten seinen boden leute so hat man normale leute die man noch fehlen kann so taktik mäßig und so naja gut keine ahnung was kann man jetzt drücken weil die leute ist also nix als erst mal jetzt kann man sich die leute aussuchen oder ist schon so sehen alle gleich aus ich weiß nicht erst gesagt nicht sachen finden ja ok mal einen toten kopf immer so cool appearance keine ahnung also kann man ja in verschiedenen gruppen wie man sieht dann kann man da die roboter steuern und messer immer so ein flugzeug drinnen bis quasi gab ja spinnen der war eben klar uns jetzt sagte da und wir haben eine farbe wo später raff business hier hat nur ein alles klar punk also klar um bis punk deswegen so alles klar wie origen ja es war so tschüss ob schluss news mega kreopien matchmaking so alles klar so guck mal was hier ist schließlich leute warten aber so keine ahnung ja wir sind ja ich habe alles macht ich will sie ja hier zeigen news keine ahnung sollten wir jetzt nur spielbar sein open schillens open party über also so charakters ja die stellen sind ja ich will zocken open party über freunde invites einladung ja brauchst du jetzt hier einen der es hat oder mehr zu denken ja probiere ich mal mit dem show player info ja ich will spielen verdammte scheiße geht nicht hat's ist denn halt hier für den kack können wir nicht einfach hier leute herausfordern oh man ey so ich weiß nicht ja training center dann geht das nur training kann ja noch nicht sein so quick play ja so muss man schon x drücken aber jetzt naja so hoffentlich so quick play ja so ich bin so ein raumschiff und ja man kann bodentruppen steuern einfach alles kaputt schießen wo punkte sammeln oder so ja aber nicht geht doch tech beta win 3 rounds auf was ich schreibe zum control win and match ja keine ahnung schon im match alles klar so gut bin ich mal gespannt wie das aussieht weil eben das tutorial dazu zeigen das war ein bisschen ja eintönig von der grafik deswegen so jetzt mal gucken wie es jetzt aussieht druckt schon na gut egal test 64 budentruppen puis bin ich einfach mal breit nichts mit so erklären glaube ich schon erklärt aber gucken jetzt wie das aussieht ist mir egal ob ich gewinne verlieren ha muss erst mal starten ja wovon träume ich nach dass das spiel anfängt 9 von 10 aber schön, zeigt wegen schon mal der Level weißt wo hinläuft, naja cool, jetzt ne paar so, erstes mal jetzt gegen richtige Feinde ja, so sieht's, also geht mal ein bisschen hin naja cool, hier sind meine Leute, kannst schon nicht so steuern wo sie hinlaufen, da laufen hier immer, folgen die mir, so oder so naja, bleiben sie stehen, lassen sich kaputt gehen ja, da muss man sie immer mitholen da muss man hin da in so nem Flug, ähm in so nem Flugzeug sind die anderen drinnen die auch hier ihre Bodenleute steuern das sind meine Leute hm, ich hab's schon verloren, gut ja ja ah ah, Gegner gut äh schluss auf, ey ja klar, was man machen muss ha ah zonen muss man machen, ok hm, woher die sind keine weiß nicht was, keine Karte ah, hier kann man mit der Hand winken woher die Emojis machen, super ha ganz toll die Karte hat noch keine so komisch, ich sehe nicht wo ich ziehe ah, doch hier ist A und ich kann auch hier bleiben verteidigen boah ja mach hier die Dinger, ok hm wo ist denn B oh cool, ein Tunnel, cool tja eigentlich braucht man die Bodentruppen nicht, wenn man gut genug ist kann man einfach so Leute abschießen, machen braucht die anderen Leute eigentlich gar nicht tsch ah ja wie A verloren echtlich B eingenommen, A verloren, ok da hat mir noch eine schlimme Bomben gehabt äh, andere Schüsse cool so ja da sind die Gegner, ah da ja schieß nochmal lächel dich linkern, wo du noch einmal schließen kannst komm aber ab, ey mhm so, wir sind hier feine Freunde, wir sind hier haut mal zusammen so das ist wahrscheinlich nicht richtig, was ich hier mache aber ich muss eigentlich da bleiben, beschützen also kommt mir und nicht weiter ja gefreckt, oder so geht doch wenn man Rambo-Aktion macht wenn man Rambo-Aktion macht na weiß nicht was wird man gespawnt ganz cool so 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 was dann ah meine Leute gut ja schon mal hier die Begruhtachten die Grafik ausseht ja geht ja noch so bin ich hier, keine Ahnung so komisch das spiel mit mir schnussack ey oder ich weiß nicht bisschen nervig mit dem rumfliegen da die ganze Zeit jetzt mal was anderes ja bis meine Leute hier eintreffen so jetzt mal kommen sie mal rechtzeitig da hier, vernichtet den so jetzt mal ach wohl doch jetzt bin ich doch wieder gut so sagen wir mal was geklappt hat so Zeit ist vorbei cool Team hat sogar gewonnen die erste Runde oder komplett aber warum nicht jetzt mal Punkte Beta-Vision wo eigentlich keinem was bringt vielleicht übernimmt man später dem ähm das Savegame holt mal mit ja ja gibt da bestimmt noch Capture the Flag und sowas und äh einfach nur töten oder so ja so na gut das war mal so eine kurze Runde mehr ich euch jetzt eh davon nicht zeigen ist ganz in Ordnung deswegen dafür abschied ich mich euch noch ein wunderschönes Wochenende habt mich bitte er hat euch das Video gefallen bitte like abonnieren und ähm ja das war ich hier mit dem Spiel so eine kurze Runde deswegen ja soll ich das jetzt noch da so zeigen andere sieht genauso aus bloß das andere Modus zu sind das war halt eigentlich schon zwischendurch ganz okay aber kaufen möchte mit nicht naja so naja egal dann euch noch einen schönen Tag und auf ihr sehn tschüssi das war's bis zum nächsten Mal